Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Eistee mit Minze. Eistee mit Minze ist ein sehr erfrischender Tee für den gemütlichen Durst. Er ist schnell gemacht und mal eine Abwechslung zu den Einheits-Eistees aus dem Supermarkt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Liter Wasser, zwei Beutel schwarzer Tee, zwei Beutel Pfefferminztee, zwei Beutel Früchtetee, etwas frisch gepressten Zitronensaft, Zucker, Eiswürfel, etwas frische Minze. Folgende Utensilien werden benötigt. Kanne, Schüssel, vier Gläser. Zubereitung Das Wasser zum Kochen bringen. Das Wasser in eine Kanne geben und die Teebeutel in das heiße Wasser hängen. Nach circa fünf Minuten die Teebeutel aus der Kanne nehmen. In eine große Karaffe reichlich Eiswürfel geben. Den Tee langsam über die Eiswürfel gießen. Mit Zitronensaft und Zucker abschmecken. Die Minze waschen, trocknen und in dekorative Stücke zupfen. Den Tee damit dekorieren. Eiskalt servieren. Als Beilagen eignen sich ein schöner Sommertag. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!